Herzlich Willkommen zurück beim Rätselweg von Indiana Jones und beim letzten mal haben wir ja dieses Teleram gefunden was besagt und das wollen wir natürlich verhindern deswegen machen wir uns direkt auf den weg ganz genau also dann schnell los bevor die Nazis da sind hoffentlich können wir den Typen noch retten ja hoffentlich kommt er jetzt hier auch lang weil sonst wären wir zu spät ach gott sei dank da ist er also hallo nein nicht du ja sorry ja ja hallo ich hoffe ich kann dir helfen Monsieur Trottier you're in trouble what makes you think so listen to this telegram Octung Kerner trap is set in Monte Carlo for Trottier stop bait is seance with Madame Sophia stop need you here soon stop it's a Nazi plot take a look for yourself this flimsy piece of paper proves nothing you could have forged it ja was warum sollte ich das denn tun jetzt mal ernsthaft jetzt mal ernsthaft jetzt mal ernsthaft be careful Nazi agents are on your trail ja you don't fool me doctor Jones was you're just trying to scare me out of this key to fabled atlantis ach so an unsehen but neither you nor the Nazis will ever hatch it from my grasp oh you will have to pry it from my dead big girls aber ja klar ich weiß es würde ihm richtig helfen wenn ich ihn gehen lasse aber ich liebe diese Nazis haha okay so dann mal los jetzt hier Bösewichter rums alles klar dann folgen wir denen mal wo sind sie hin wo seid ihr ach da na komm wo sind sie jetzt schon wieder dahin ich hab sie gesehen ah man kann nicht wenden man kann nicht wenden na komm jetzt aber ah was soll das denn ihr wollt mich doch verarschen jetzt krieg ich euch aber na na so jetzt ah krabbums na komm komm wie ja ja ist das laut auch Mensch wo seid ihr jetzt schon wieder dahinten komm her hier runter nein ah das war verkehrt was jetzt folgst du mir ich kann nicht wenden ah jetzt aber mal schnell da sind sie Bösewichter ich schneide euch den Weg ab ach oh nö na jetzt komm oh ich krieg ich na 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 aber ihr wisst auch nicht so richtig wo ihr hin wollt oder so hier hoch und jetzt krabbums und jetzt zack wow wow das war ich kann nicht so richtig ich kann nicht so richtig ich kann nicht so richtig Wollen wir mal ihn aufwecken? Was für eine Verfolgungsjagd! Schau, schwieriger Fahrrad, ja? Ach, keine Ahnung. Ich bin einfach gut, danke dir sehr. Dr. Jones, du! Du hast sofort in den Fahrrad gefahren! Ja, ich habe das gemacht und habe dein Leben geschehen. Gib mir einen Moment, um meine Gedanken zu holen. Ja, dann mach mal. Ja, zu Recht. Du hast mich gesehen, dass ein altes Schwierig wie ich nicht die Forsten der Dunkelheit, die jetzt in Europa gesammelt werden können. Aber du, Dr. Jones, mit deiner Wunderschön und Persistenz könntest du noch nicht zufrieden. Ja, das werde ich mal machen. Ich plane versuchen. Gut, hör auf. Recently habe ich eine Sonnstunde gewonnen. Das sind die schade, die du brauchst. Mh-hm. More important. Ich weiß, wo, wo eine Entrance in die loste Stadt selbst finden können. Krass. Das finde ich gut. Go on. Endlich eine Spur. Es ist auf der Isle von Sera, südlich von Grieze. Okay. Na klar. Of course. Of course. Heh. I am convinced Sera is the lesser colony. And I believe it's the way in. I give you this information in heartfelt gratitude. I give you the Sonstone as well, but I don't have it anymore. Was? Warum nicht? Don't tell me you let the Nazis take it. Never. I threw it out of the window during the chase. Okay. Na ja, gut. Heh. That was pretty fast thinking. Oh, you flatter me, Dr. Joe. Ja. Also. Where did you throw it? Genau, sag mal. It was near Boulevard Napoleon and Rue Lumiere. Could you repeat that? French names give me fits. Oh, yeah. Better yet. I'll write it on this telegram. Here. Thanks. Good luck and Godspeed in your search. Huh. Okay. Also. It says Boulevard Napoleon and Rue Lumiere. Dann wollen wir uns doch mal auf den Weg machen und diese beiden Straßen finden. Was haben wir denn zum Beispiel hier? I'm at the corner of Avenue Victor Hugo and Rue Hollandaise. Rue Hollandaise. Hm. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier die ganzen Straßen und Kreuzungen abgehen und hoffentlich dann diese Steinscheibe finden. Also klappern wir mal die ganzen Straßenschilder ab, würde ich sagen. I'm at the corner of Boulevard Napoleon and Rue Lumiere. Nee. Nee, ernsthaft? It says Boulevard Napoleon and Rue Lumiere. Leute, das ist geil. Normalerweise bin ich hier nämlich immer Viertelstunde und 20 Minuten durch die Gegend gelaufen, bis ich irgendwann das gefunden habe. Das ist jetzt ein ziemlich guter Zufall. Haben wir Glück gehabt. Ja. Gut, jetzt muss hier also irgendwo dieser Sonnenstein sein. Vielleicht ist er ja hier reingefallen. Ich sehe etwas da unten. Aha. Perfekt. Es ist ein kleines, schwarzes Stein, mit Solar-Imagen. Perfekt. Es ist ein steinendes Disc, mit Solar-Imagen, mit dem in den Jo, das hast du gerade schon gesagt. Gut. Dann haben wir dieses, äh... Oh, da wollte ich gar nicht hin. Dann haben wir diesen Teil des Abenteuers ja auch schon wieder abgeschlossen. Das heißt, wir machen uns dann direkt mal auf den Weg. Und machen uns mal auf den Weg zu der kleinen Kolonie.